Hallo, mein Name ist Iris Müller und ich bin Key Account Manager und für das Retail-Geschäft in Europa verantwortlich. Das heißt, als Teil der Unger-Welt kann ich hier extrem viel bewegen. Wir sind hier im Team auch wirklich alle so, dass wir gut zusammenarbeiten und uns gut verstehen. Es macht einfach Spaß. Vor allen Dingen die flachen Rehrachien gefallen mir sehr gut und da hat man als junger Mitarbeiter wirklich die Freiheit, sich auf Augenhöhe mit den Erfahrenen auszutauschen einzubringen. Und das ist sehr motivierend und macht vor allen Dingen sehr großen Spaß. Wir sind ein super Team. Eine Hand wäscht die andere. Wir sind wie Brüder zusammen. Wir arbeiten eng zusammen mit Produktmanagement und versuchen tolle innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln. Von der Ideen- und Konzeptentwicklung, der eigentlichen Produktentwicklung und bis hin zur gemeinsamen Markteinführung arbeiten wir vernetzt in globalen Teams. Abgesehen davon, dass das unheimlich viel Spaß macht, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen tagtäglich zusammenzuarbeiten, ist es letztendlich auch ein entscheidendes Element für unseren Erfolg unserer Innovationen am Markt. Bei uns wird 1A-Qualität nicht nur produziert, sondern ständig kontrolliert. Da sitzt jedes Verbindungsstück, jede Naht perfekt. So macht Arbeit Spaß und Sinn. Wir arbeiten mit modernen Systemen wie zum Beispiel Hubspot, einem CRM oder einem Pint & Damm-System, sodass wir für ein mittelständisches Unternehmen bestens aufgestellt sind. Mich begeistert, all diese hochwertigen Einzelteile in Handarbeit zusammenzusetzen und zu wissen, dass die von mir gebauten Maschinen in der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Ein tolles Gefühl. Mir ist in der Bewerbung damals oder im Bewerbungsgespräch gesagt worden, dass es hier ein sehr familiäres Team ist, was zusammensteht, zusammen gewinnt, zusammen verliert. Verloren haben wir noch nicht so oft, aber schon einiges gewonnen. Es macht einfach Spaß, weil jeder seine Aufgabe hier mit Begeisterung erfüllt und auch den anderen dann zur Seite steht. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass irgendjemand mit irgendwas alleine gelassen wurde. Ich freue mich, wenn ich nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch für die Mitarbeiter arbeiten kann. Und das ist eben das, was ich hier absolut ausleben kann und deswegen komme ich jeden Tag sehr gerne zur Arbeit. Wir sind ja hier bei Ungar schon auf einem recht guten Niveau, was die Qualität unserer Produkte anbelangt, unserer Prozesse und auch die Kompetenz und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Aber für mich als Geschäftsführer ist es einfach enorm zu sehen, wie wir dann trotzdem durch das Engagement unserer Mitarbeiter jeden Tag besser werden und uns da auch weiterhin noch entwickeln können.